Das ist einer von uns. Das ist keiner von uns. Das auch ist einer der Gegner. Boah, hier knallt es an jeder Ecke. Okay, wir sind natürlich ganz schön baff durch unseren Panzer. Jetzt knallst du an der Ecke. Mist. Wo sind hier Leute? Ach, da. Weg. Weg. Das sind aber ganz schön viele hier. Es werden immer mehr. Ich muss weg. Ah, da schießt voll auf mich runter. Verflucht, ey. Jetzt muss ich auch mal hier runter. Ich muss schnell mal healen. Uiuiui. Okay. Jetzt haben wir uns hier gerade ein bisschen festgehangen, weil das unsere schöne Waffe weg. Dann machen wir nur noch das ein bisschen Stück hier. Ich halte jetzt mal hier lang. Okay. Die vier haben wir jetzt hier nicht erreicht. Da haben wir einen. Wieder ein. Meine Güte. Ist hier was los? Ich gehe mal gerne über außen. Hab das sicherlich schon bemerkt. Stielhandgranaten aufheben. Haben ein paar Handgranaten gefunden. Das ist immer gut. 104 Schuss haben wir nur noch. Schon wieder, ey. Wo kam der denn jetzt her? Das ist unser. Ja. Den haben wir getroffen, so wie es aussieht. Ne, haben wir nicht. Wo ist er? Doch, der ist getroffen und geht bald drauf. Verflucht. Mach hin. Warum treffe ich den nicht gut genug? Jetzt haben wir auch. Jetzt haben wir ihn getroffen. So, jetzt rennen wir uns mal schnell hier hin. Scheiße, los jetzt. Wow, ist das hier ein Kack. Ah, weg. Wo sind meine Jungs? Stielhandgranate. Stielhandgranate. Nein. Das ist hier gerade alles sehr, sehr aufreibend. Schon wieder dieser Sack da oben. Meine Fresse. Das knallt aber auch an allen Ecken und Enden. Nachladen kann ich nicht mehr. Hier sind wir munitionstechnisch schlecht aufgestellt. Allzu viel ist hier nicht mehr los. Die haben uns geheilt. Wir tauschen das gegen dieses hier. Jawoll. Hier haben wir ein bisschen Muni wieder. Wo ist denn hier einer? Okay. Der war also hinter uns. Wir haben auch nur noch eine Handgranate. Sollen wir mal hier ein bisschen lang gucken. Was hier Phase ist. So, ich geh jetzt einfach hier rein. Hier ist noch Munition. Die holen wir uns. Einen Weg, meine Männer zu retten. Ich musste das Geschütz zerstören. Okay. Wir gehen jetzt. Wir entern jetzt hier rein. Wow. Ah. Kurz mal durchatmen. Verdammt. Okay. Dynamizu, ein gepanzertes Ziel dabei. Greife auf Dynamizu, indem du einen Gadgets-Slot verwendest. Wir haben nur noch 29 Schuss. Bam. Es war wahrscheinlich nicht gut geworfen. Aber getroffen habe ich jemanden, oder? Wir haben hier irgend so einen Prügel. Aha. Hier ist einer drin. Hier sind mehrere drin, so wie es aussieht. Wo sind sie? Das Gute ist, dass ich halt gut einstecke durch die Rüstung. Jetzt gehen wir hier ran, benutzen unsere Ausrüstung. Und jetzt gehe ich hier wieder raus und zünde. Warte mal. Halten zum Aufheben. Und habe ich jetzt was erreicht damit, oder? So richtig aber nicht, oder? So richtig was erreicht habe ich nicht. Eins. Schön. Da reinwerfen kann ich es auch, nehme ich auch nicht. So. Probieren wir es nochmal mit 2. Ja. Ja. Da haben wir was erreicht. Schönes Geschütz ausgeschalten. Arthriderikschütz zerstört. Das war für mich einer der schönsten Anblicke des ganzen Krieges. Aber noch war es nicht vorbei. Denn da war dieses Flugabwehrgeschütz auf dem nächsten Bergrücken, das unsere Flieger abschoss. Das war mein nächstes Ziel. Aha. Das war mein nächstes Ziel. Das war mein nächstes Ziel. Dann schauen wir mal. 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 Okay. Hier können wir lang gehen. Aber dass die in den Bergen solche Flammenwerfer eingesetzt haben, ist ein bisschen Quatsch. So. Lass. Schicken wir den mal vor. Da ist noch einer. Okay. Schießen die schon? Nee. Ich möchte gerne noch mehr Munition von der Waffe hier haben. Wenn es geht. Ja. Da ist das Flugabwehrgeschütz. Los. Los. Rücken vor. Wow. Irgendwas hat mich jetzt hier getroffen. Ja. Die machen das schon. 1, 2, 3. Brauchen wir auf jeden Fall bald Munition. Aber das nicht wenig. Ah. Hier unten will ich nicht so lang gehen. Ich habe immer lieber die gehobene Position. Ist hier jemand? Ach so. Schön. Dann machen wir also. So. Mal kurz verstecken. Schön Feigling mäßig. Oh. Einmal nachgeladen. Wo sind unsere Kollegen? Keine Sau da. Ach da ist einer. So. Wir rücken schön vorsichtig vor. Hä? Das ist echt auch ärgerlich, dass uns diese Sicht so eingeschränkt ist. Das nervt. Avanti. Avanti. Ich sehe auch echt wenig. Wir haben auch keine Handgranaten mehr. Eins. Zwei. Oh. Ich bin einfach mal hier lang gegangen. Ist das einer? Oder ein Feind? Ich würde schon sagen. Wir müssten uns auf jeden Fall als Tom und Jerry halten zum MG benutzen. Können wir das abschrauben? Das wäre geil. Hä? Schön auf der anderen Seite gespawnt quasi. Wir haben keine Munition. Ich bräuchte mal eine Waffe. Hellriegel. Warte mal. Das ist doch die falsche. Die habe ich doch. Brauche ich doch nicht mehr. Nehmen wir die hier. Schönes, fettes Gewehr. Gucken wir mal nach. Was ist das jetzt? Okay. Los. Oh, wir haben ein paar geschossen. Nehmen wir mal das hier. Hier ist noch Muni. Nehme ich. Wir gehen mal. Wir gehen mal. Denken wir mal nach. Hier sind wir mal nach. Wir gehen mal nach.